also leute wir gehen jetzt in die mine ich bin gerade erst mal richtig schön in ein loch gefallen dann habe ich versucht eigentlichen stein nach oben zu bauen habe dann auslösen mein labeeimer genommen und immer unter mir schön geplandet und euch habe ich versucht dann haben wir uns heute ist wenn ich dann so anstellt da muss immer das andere sind versucht mitzunehmen und das geld angegriffen dass ich das überlegt ich muss eine höhle finden wo die die menschen in der höhle in schluchten schluchte ich gehen ja nicht nein warum nicht hast du das absoluten verboten meiner schluchte sich gar nicht ein ich habe eine schlucht finde ja dann kann ich ja gleich aufgeben sieht man davon ohne meine geht es nicht nur mit mir zu sein zum kriege ich nicht also macht mir macht der unterschied das im krieg ja nichts macht kein unterschied da bin ich mit dir allein gehen das hat was hast du gerade gesagt nur mit meiner also nur mit mir den brauchst du doch ein nur mit dir ja trotzdem kriege ich ja dann nicht wenn ich mit ihr eingehen das meintest du damit ja warum sollte ich damit hier sein gehen ja ich warte ja du bist ja auch wenn ich mit ihr eingeholt du sowieso alles für dich ist klar doch manche ja ist doch wahr ja dann geh und ich schule eigene ich so gierig aus und dort sehen noch bist du so weit bist glaube ich oder ich finde kein eisen und wenn es nur da einen einen millionen dings gibt ja damit ja gespannt und jetzt auf der Landrat und ich es an in der Hand ab auch so dass es natürlich sein da bin ich noch selber aus dem ist fertig wenn ich keine gefunden hat dann können wir gehen nur wissen an ein bisschen gesagt und muss kommen und ich würde mitgehen wenn zu ks um ein weniger ja was ich dann so lange jetzt machen 5 mach mal ein Deal, du darfst du meine Schlucht, ich darf in deinen Nähte nenn mir aus also dein Petral benutzen? ja und dann geh ich in die Schlucht aber mach langsam verantwortlich wundert sich gut was an Tier und so an Tweet und so ich weiß nicht mal wo es da reingeht müsste ich runter bauen einfach runter bauen außer du hast ein bisschen holz ecklisch im Moment, brauchst du dir einfach mal eine Leitlinne und dazu bin ich noch nicht gekommen und jetzt habe ich eine Abkürzung gemacht ist das hier der Löschung oder siehst du es hier jetzt nicht? in meinem Haus direkt vor meinem Haus vor deinem? das ist dann da unten vor meinem? das ist auch so was riesiges und dann gehe ich zu deinen Haus das sagt ja meine 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 die äh es geht in verschiedene Richtungen ja gehe ich zu dir oh es laggt ok ich weiß nicht ich schluss das ist eine Spinne das ist eine Spinne ich gucke jetzt mal was ich mehr wusste ich brauche viel von der Brustbeutung wenn ich da was finden sollte dann lernt sich auch eine Einung gibt ja was einmal geht das aus, wenn ich mich nicht du weißt, was? kann man sie eigentlich nicht verfehlen ach da? oh siehst das ist eine Fackel da ist gerade ein Creeper sein gefallen na 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 warte ich ja er wartet auf dich und sie überleben lassen und wie soll ich da jetzt leihen? ja runtergraben ist ok hier ist eigentlich mein Platz für mein Proton aber ich ja wie sieht es bei euch aus seid ihr denn schon groß? oh ihr wart schon groß und es speichert ich habe keinen Platz mehr KRAZ ich habe keinen Platz in meinem Inventor inventar die in der tonne dafür dass wir noch 30 minuten aufnehmen ich habe so viel zum hochladen ja ich muss ich morgen wieder fahrrad korb auf auch eine stunde habe ich auch wieder tausend videos ja doch nicht ist doch meine kraft gott 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 ich bin ich ich wollte unter mir erde weg machen mich hinterher dann auf einmal ist er nur ein Block ich fliege unter den überlebten Herz um Gott was kann ich trocken gott 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 ich will er es ist ein Licht gebraucht worden so ich habe jetzt wollen ich bin ja mann so ein schien für die Brustplatte hier sieben ne 8 als ob ich jetzt eine Mine finde 8 dann bleiben 4 übrig ne das ist der Krippe von vorhin oh Gott die Welt gewendet ihr habt ihr mit dem Weg geht geht so der Schlag gibt auch Brustplatte schul Brustplatte wunderschön ach du heilige aus schwingt ein Also so groß habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Mein Bein im Schwert, da komme ich aber hier rein, da ziehe ich mich mit. Was liegt eigentlich der Gewinner? Ja, das sollen ja die Abonnenten. Achso. Da musste ich mal in meine Kommentare gucken. Ich bin wieder runtergefallen. Hast du irgendwie eine Pfeile oder so? Na was? Pfeile. Nö. Du, du, du. Macht Liebe. Oh, 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 oh Gott. Komm, mach mal mein Liebe. Komm, mach mal mein Liebe. Geht nicht. Sind die Minen meistens oben oder unten? Pff, mittelmäusig. Ja, mittelmäusig. Ziemlich in der Mitte. Oh Gott. Was? Was? Ich schlusser den Rosen in den Schein. Entschuldigung, ich chinesisch kann ich nicht. Das muss ich auch nicht kennen. Das muss ich auch nicht kennen.